Urdhva Vajrasana ist der obere Diamant oder aufgerichtete Diamant oder auch die nach oben ausgerichtete Blitzstellung. Es gibt zwei Variationen von Urdhva Vajrasana. Samuel Bayogavidya Bad Meinberg zeigt Beine. Zunächst einmal ist Vajrasana der Fersensitz. Du sitzt zwischen den Fersen und dann hebst du die Arme hoch. Du kannst aber die Handflächen zueinander zeigen lassen oder auch die Hände falten oder die Handflächen in Namaskar Mudra geben. Indem du die Arme nach oben gibst, wird das als aufgerichtet sein bezeichnet. Manchmal bezeichnet man auch als Urdhva Vajrasana, wenn du aus dem Fersensitz das Becken hebst. Urdhva Vajrasana ist dann auch die Ausgangsposition für verschiedene andere Asanas, wie zum Beispiel die Querbalkenstellung oder auch das Kamel. Oder von hier kannst du auch zu bestimmten Variationen von Subta Vajrasana kommen. Urdhva Vajrasana, der aufgerichtete Diamant oder auch der nach oben leuchtende Blitz. Urdhva Vajrasana, der aufgerichtete Diamant oder auch der nach oben leuchtende Blitz. D Winfva Vajrasana ist dann im R 小b höchstensitz. Yunfva Vajrasana, der aufgerichtete Heute, die aufgerichtete defeated werden.